Musik 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 Meine Damen und Herren, Sie sind dabei, es ist wieder Zeit für die 2, einen wunderschönen Wochenstart, bitte was? Naja, es war so, es ist wieder Zeit für die... Ach so, dann haben wir den Kater gehört. Ernstlich. Er wollte auch Hallo sagen. Es ist wieder Zeit für die 2, Viertel nach drei, wir sind dabei. Mein Name ist Sebastian, es spricht Benni in diesem Moment. Der 27.3.2022 und es ist ein schwarzes Wochenende für mich. Was? Ein schwarzes Wochenende, es ist kein guter Start, also es war kein gutes Wochenende. Es war kein gutes Wochenende, das ist blöd. Das ist immer doof. Der Schlagzeuger von den Foo-Fall, das ist gestorben. Okay. Gestern. Ja, Rest in Peace. Also gestern halt... Hä? Rest in Peace. Taylor Hawkins. Ja, habe ich gelesen. Ich bin 50, drei Kinder, eine Frau. Ja, ist immer ätzend, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man auch noch bekannt ist oder dann hat man ja noch... Wenn jemand bekannt ist, kriegen es ja noch andere mit, ne? Ja. Also... Ja, gut, ja, hast recht. Die Schicksale gibt es natürlich auch bei unbekannten Menschen. Genau, das wollte ich damit sagen. Also ich finde immer, diese Riesen-Empathie entsteht ja dadurch, dass man irgendwie Fan ist. Und Foo-Fall, das ist ja ein Begriff, ne? Und auch eine sehr charismatische Band insgesamt und auch eher durch Videos ja sehr präsent. Also gibt es ja so diverse, ne? Da gibt es richtig viele. Wo er Training gibt und Sachen ausprobiert und, ja. Ja, traurig auf jeden Fall, ja. Ja. War irgendwie gleich am Samstag früh um 6.30 Uhr, hätte ich dir lesen. Das ist so... Oh, nee, ich konnte es gar nicht glauben. Okay. Ja, für mich ist das sehr, sehr traurig. Weil er halt auch... Also er war halt ein super Mensch, so. Ich wollte doch jetzt gar nicht direkt den Podcast irgendwie in eine traurige Richtung drücken. Aber das hat mich bewegt. Okay. Ja, da bin ich... Also ich bin schon empathisch, aber ich bin eher empathisch in dem Sinne, dass ich da lese, dass jemand 50 ist und eine Familie hinterlässt und weniger wegen seinem berühmten Status. Ja, ja, klar. Und das könnte jetzt auch der Nachbar Heinz sein, weißt du, der verstirbt in mit 50. Ja, ja, verstehe. Aber jetzt in der jetzigen Zeit oder in den letzten Jahren kriegt man immer mehr mit, dass Menschen versterben. Jetzt entweder an, wie bei ihm, wo es jetzt unbekannt ist bisher, oder auch an Corona oder sowas. Es sind ja auch ganz viele ältere Schauspieler, Persönlichkeiten, die dann auf einmal versterben, weil sie erkrankt sind und so weiter. Ja. Männengemeinde, das kann ich auch nachvollziehen und die Trauer will ich natürlich niemand nehmen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir das Wochenende deswegen verhageln würde. Ja, ich hoffe, das ist verständlich und komme nicht weit rüber. Männlich ist auch falsch, ist aber auch irgendwie ein blöder Start. Ja, natürlich, klar. Alle Jude, so war es ja nicht gemeint. Oder so ist es halt ja nicht rübergekommen, dass es am Wochenende nur scheiße war oder es war nicht scheiße, natürlich nicht. Ist ja Quatsch. Aber es ist halt so ein, es ist halt nicht belastet mich, sondern beschäftigt mich. Auch die Frage, was passiert jetzt sozusagen, was mit der Band, wie geht es denen sozusagen. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es als Band schwer ist, jemand nach so, also es sind ja jetzt knapp 25 Jahre, die die zusammen Musik machen und sich täglich sehen und auf Tour sind und sowas, schweißt ja ganz anders zusammen. Und das ist ja nicht nur die Band, sondern auch jedes einzelne Mitglied hat eine Familie, die haben Kinder, das ist wie so eine große Familie, glaube ich. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, dass das halt wirklich schwer ist für die. Zumal wahrscheinlich die wissen, warum der Tod ist. Mann Munk, also er hat halt früher Drogenprobleme gehabt und liebte es, Drogen zu nehmen und who knows. Ja. Ob er sich da nicht, ähm, möglich. So. Aber es ist auch, ähm, ne? Da wundert man sich immer, dass so Ikonen, auch so wie Ozzy Osbourne, das geschafft haben, ne? Da irgendwie so einigermaßen. Du, der muss aus, weiß nicht, der muss, vielleicht ist der schon tot. Schon mal wissen es so noch nicht. Oder halt von innen gereinigt, ich weiß es nicht. Oder halt dieses Fledermaus-Essen-Ding. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich, glaube ich, meine Vermutung. Er hat die Fledermaus gegessen und deswegen ist er immortal. Ja. Nur so eine Idee. Du, vielleicht ist es der einzig lebende Vampir-Roll auf der Welt. Aber so richtig geistig funktioniert ja Ozzy Osbourne auch nicht mehr. Also es ist ja jetzt nicht so, wenn du mal diese, 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 wie hieß das, Meeting up the Osbournes? Nee, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Die Osbournes. Die Osbournes, glaube ich, ist das so eine Serie. Die habe ich gerne gehört. Alter. Wo lief die? Äh, hä? Und das ist ja schon ein paar Jahre her, wo die lief, MTV, ja. Ah. Und das ist ja schon ein paar Jahre her, als sie das gedreht haben. Und, also der ist ja noch älter geworden und lebt halt, also ist locker zehn Jahre her, wenn nicht mehr. Und da war der schon so, ich weiß gar nicht, wie er sein hat. Ey, ey. Der war auf jeden Fall mehr als durch. Ja, man hat gemerkt, dass sie ihm seine Vergangenheit nicht gut getan hat. Ja. Was mir gerade zum ersten Mal auffällt, kann es sein, dass du hart klippst, weil neben dir leuchtet immer was auf an der Wange. Hat dein Mikrofon eine Clip-Anzeige? Ja, hart eine Clip-Anzeige. Ja, ja, du klippst die ganze Zeit. Das höre ich nämlich auch im Kopfhörer. Du hörst das? Nein, ich höre, dass du so ein bisschen übersteuert klingst und ich sehe zum ersten Mal rote, deine Wange leuchtet rot. Das ist mir gerade aufgefallen. Leuchtet auch, der ist rot. Als hättest, als hättest, ja, da, siehst du. Bah. Ja, ist ja gut. Nein, ich wollte nur den Hinweis geben, nicht? Ich mache mich stumm. Ich mache mich stumm. Du wolltest nur mich wieder rausbringen. Ja, das tut mir auch leid, deswegen habe ich ein bisschen gewartet, aber ich habe die ganze Zeit gesehen, dass deine Wange so rot leuchtet und dachte, her, was ist das? Das tut mir auch leid, sagt er. Nein. Dass ich dich rausgebracht habe. Besser? Bah. Naja. Nee, nicht wirklich, wird immer noch. Ja. Nee, ich wusste nicht, dass das eine Clip-Anzeige hat. Ich habe die hier in meinem Mischpult dran, aber die sehe ich nicht, wenn ich rübergucke. Bah. Bah. Ja, ist gut. Ja. Jetzt machen wir hier, jetzt machen wir hier Teste. Jetzt bist du aber hart leise geworden, manchmal. Bist du ein bisschen leiser geworden, ja? Ja, ein bisschen, gutes Stück. Warte mal, ich mache dich ein bisschen lauter. Was macht's denn? Jetzt hoffe ich, hört man dich noch. Na, mach mal, mach mal was fertig da. Mach mal, ja, ich mach ja. Ja, mach mal, mach mal hier den Tontechniker jetzt hier. Den Tontechniker. Ich probiere mal. Ja, der hatte, kann ich mir erinnern, die hat so, so eine gequäkte. Du bist gemein. Nee, ist Realität. Das hat den Ohren W getan. Sehr quäkig. Ich hab das ja auch in meiner Arbeit, ich telefoniere ja jeden Tag mit sehr, sehr vielen Menschen und auch sehr vielen Frauen, weil einer unserer Kunden irgendwie gefühlt nur Frauen beschäftigt. So hat man das Gefühl, also so Verwaltung. Und da hast du ja die unterschiedlichen Charaktere am Telefon. Und es gibt so Frauen, wo ich mir so denke, Alter, was eine unangenehme Stimme. Also gibt's bestimmt auch bei Männern, um Gottes Willen, das will ich jetzt nicht ausschließen, aber da ist es halt auffällig. Das liegt ja auch daran, glaube ich, es gibt ja so eine Studie, dass man als Mann einer Frau nicht zuhört, weil es an der Tonlage liegt. Also dieses Ding, dass wenn eine Frau sagt, hörst mir nie zu, oder auch umgekehrt. Dann liegt es oft an der Tonlage, weil der Kopf dann eher abschaltet, weil er dem Menschen nicht zuhören kann. Das ist so. Ja gut, wenn du das sagst. Haben die Männer bestätigt. Okay, okay, cool. Nee, ich hab das mal gesehen. Das ist auch eine komische Studie. Das ist auch eine komische Studie, durchgeführt an Männern von Männern. Und es geht um Frauen zuhören. Nee, es war eine sogar, es war irgendwie Quarks und Co. Oder ich weiß nicht, also irgendwie vom... Da war eine Szene. Kann man das denn irgendwie, kann man das messen, Hirnströme oder so? Weil ansonsten, wenn der Mann sagt, ja, ich kann die nicht hören, ist ja eine doofe Studie. Achso, ich kann die Stimme meiner Frau nicht leiden, deswegen höre ich nie zu. Nee, so war das nicht. Es war einfach, wurde erklärt, warum das so ist. Sie haben eine Szene gezeigt, wie ein Pärchen auf einen Parkplatz fährt im Auto. Und sie ihm irgendwas erzählt, während er am Einparken ist. Und man ihn dann im Nachgang fragt, was hat denn ihre Frau gerade erzählt, als sie da eingeparkt hat. Dann kam so, weiß ich nicht so. Aber ich hab dir doch erzählt, mit dem Urlaub im nächsten Jahr, bla bla bla. Und weißt du, der ist im Kopf gerade Verkehr, Auto, Einparken, einkaufen müssen. Und sie erzählt ihm irgendwas Wichtiges. Und er sagt dann so, ja Schatz. Und dann so, eine Woche später, kennt doch jeder. Hab ich dir doch erzählt. Diese Situation kennt doch wohl jeder in der Beziehung. Nee. Nee. Ich wüsste nicht, was du meinst jetzt. Ja, nein, natürlich nicht. Nein. Ich wüsste auch nicht. Jack, der Frauenversteher. Ich kann mal reinziehen. Also ich muss dafür sagen, ich hab das meiner Frau auch mal ehrlicherweise gesagt, das ist immer schlecht. Ich bin so einer, der speichert immer sehr schnell aus, was er denkt und fühlt. Und das ist auch manchmal auch ein bisschen, man könnte es taktlos nennen oder sowas. Aber es ist einfach das, wie ich es empfinde. Und ich hab mal gesagt, dass ich in meinem Kopf das, was mir erzählt wird, als wichtig und unwichtig abspeichere. Weißt du, und ob jetzt die Arbeitskollegin vom Dingsblopp, das, das er da macht, weißt du, da ist für mich direkt so ein Haken dran oben dann denke ich, oh, jo. Weißt du, was ich meine? So Storys aus der Arbeit sind für mich in dem Moment, speichere ich das ab als nicht so wichtig. Und dann sagt mein Kopf, muss ich mir auch nicht unbedingt merken. Und dann kommt es aber zu diesen Situationen, wo ich das so einstufe. Und dann hätte man vielleicht doch mal zuhören müssen. Dann war dazwischen sozusagen eine Information, die ich wollte, die wichtig war. Genau. Aber der Kopf hat schon so, weißt du, Shutdown auf den Pipelines da oben. Der hat sich schon um die nächste Projekte gekümmert. Genau. Okay. Ja, das führt dann zu diesen Situationen. Also das ist so bei mir. So kann ich es nur, weiß ich nur aus eigener Erfahrung, dass ich dann oft denke, jo. Also du willst jetzt damit sagen, dass es keine böse Absicht ist? Dass das einfach passiert? Das ist in meinem Kopf so drin. Keine Ahnung. Ich versuche, man kriegt ja über die Woche oder im ganzen Leben kriegt man ja sehr viel Informationen. Und jetzt, ich glaube, mein Tag ist auch recht gut gefüllt, was Informationen angeht. Mit dem ganzen Hobby und privaten und so weiter. Und gerade in letzter Zeit ist massiv viel los. Und dann muss ich das ja irgendwie filtern, weil ich kann mich ja nicht um jeden Gramm kümmern. Also kopfmäßig. Das ist ja so. Ja, ja. Der Kopf dreht sich ja eh schon im Kreis und macht und tut und arbeitet. Der arbeitet die durchgehend sozusagen. Und da ist dann halt so Situationen, wo ich sage, ich verstehe das und das weiß ich auch, dass man, also jetzt bei meiner Frau ist es so, die will dann natürlich auch von einer Arbeit erzählen und will dann ausspeichern und nicht unbedingt, damit ich das weiß, sondern das Loswerden. Genau, das meine ich. Und da ist es ja auch wichtig zuzuhören. Das bemühe ich mich ja auch und das klappt in der Regel auch. Aber es gibt halt Situationen, wo mein eigener Kopf gerade sich um irgendwelche Dinge dreht und dann hört er so Arbeitskollege, Arbeit und dann denke ich mir so, boah, ja, aber auch sowas lasse ich zum Beispiel, außer es passiert was ganz Krasses, lasse ich das aus meinem Alltag raus und ich erzähle davon auch nichts. Weil es bringt mir nichts. Also was heißt bringt mir nichts? Natürlich ist es wahrscheinlich gut, dem anderen davon zu erzählen, wenn einem was belastet. Also wenn, jetzt geht es darum gerade aktuell, dass ja die Firmen auch anfangen wieder zu sagen, die Mitarbeiter müssen in die Firma und wieder drinnen arbeiten. Und das belastet uns beide und insbesondere auch meine Frau gerade sehr, weil man natürlich Angst hat, krank zu werden und überhaupt jetzt in die Situation zu kommen. Also keine Todesangst, aber man macht sich natürlich Sorgen darum, warum man krank wird oder wenn man krank wird und solche Dinge. Und man will es auch da möglichst vermeiden, um auch zum Beispiel ältere Menschen, jetzt mein Vater kommt jetzt nächste Wochenende zu Besuch, zu schützen. Ja genau, man will die nicht anstecken. Genau und das ist ein großes Thema und das belastet. Und da muss ich natürlich dann auch kopfmäßig da sein, das ist ganz klar. Aber ich versuche auch, um mich selber kopfmäßig frei zu machen von solchen Arbeitskollege ist scheiße, versuche ich mich ja zu befreien. Wenn ich meinen Rechner hier runterfahre oder von der Arbeit nach Hause gehe, dann ist das für mich auch gegessen. Dann interessiert mich das nicht mehr kopfmäßig. Also ob der Kollege irgendwie oder die Kollegin doof war oder die Geschäft genervt hat oder die Aufgabe schwierig war. Solange das, sag ich jetzt mal, dich nicht belastet, was passiert auf Arbeit, ist es auch eigentlich egal, also was da passiert. Und das ist halt nicht mehr wichtig, als dass es Arbeit ist und du damit Geld verdienst. Aber was drumherum passiert, da ist ja eigentlich eigentlich egal. Jetzt gibt es natürlich so Situationen, da passiert was Lustiges, da passiert was Spannendes, da passiert was irgendwas Komisches, also auch Schlechtes. Und bei mir ist es dann so, dass ich das sehr gerne meiner Frau sagen würde, aber tatsächlich ist es so, dass ich es meistens vergesse und dann kommt es so nach zwei, drei Tagen wieder hoch und dann erzähle ich ihr das und dann fragt sie natürlich auch gerechtfertigt, warum erzählst du mir das jetzt erst? Dann muss ich immer sagen, ja tut mir leid, mir fällt es halt gerade ein. Es ist jetzt nicht so, dass ich dir das irgendwie vorenthalten wollte, sondern es fällt mir dann erst ein. Aber Dinge, die bei dir auf der Arbeit passiert sind oder was meinst du jetzt konkret? Ja genau, ja genau. Okay. Wenn natürlich das so ist wie bei meinem letzten Arbeitgeber, wo dann wirklich die Arbeit so hart nervt, dann gibt es Situationen, wo du darüber redest und dann gibt es wieder Momente, wo du denkst, ich will jetzt auch eigentlich gar nicht mehr darüber nachdenken, weil das einfach mich dann noch weiter belasten würde oder sowas oder beschäftigen würde. Habe ich sozusagen zu Hause den Moment, wo ich dann nicht mehr über die Arbeit nachdenken muss. Ich glaube, das ist der Unterschied. Also ich glaube, das liegt ganz daran, ich bin jemand, der das eher vermeidet, darüber zu reden und meine Frau ist eher jemand, die das dann auch schneller ausserspeichert. Das ist vielleicht auch manchmal gar nicht so dumm, das so zu handhaben, anstatt das dann irgendwie aufzustauen und dann entsteht ja dieser Kopfsalat, wie ich es so die Woche auch immer wieder ziemlich hart gemerkt habe, wo so viele Punkte zusammenkommen, die einen dann in dem Moment massiv runterziehen. Also dieses Aufsparen von Dingen und nicht aussprechen und dann ist diese, ich nenne es immer diese Taskliste im Kopf, was immer noch alles zu tun hat oder wo man sich drum kümmern muss, ist dann so groß und ätzend, dass man dann in dem Moment das wahrscheinlich damit schlimmer macht, wenn man da nicht drüber spricht. Ist so, ja klar, weil das sich ja belastet und wenn jemand sagt, ach komm, mach dir keinen Stress oder ach komm, ist alles in Ordnung oder hast du richtig gemacht oder wie auch immer, dann ist ja, passiert ja eine andere Verarbeitung in deinem Gehirn und dementsprechend geht es dir damit besser, weil jemand dir Zuspruch gibt. Ja, genau. Und das ist auch mit, und dann schließe ich wieder der Kreis, das ist auch mit der Grund, warum ich sowas wie ein Tod von einem Prominenten nicht an mich ranlasse, sofern ich nicht selber ihn gekannt, direkt gekannt habe oder mit ihm zu tun gehabt habe. Natürlich, ich finde jeder Tod und jeder Mensch ist wichtig und schlimm, wenn die Situation passiert, deswegen egalisiere ich das so ein bisschen. Wenn man natürlich irgendwie Die Hard Fan war von irgendeiner Band oder sowas, weißt du, dann ist das natürlich nochmal dramatischer, weil man da sich irgendwie verbunden fühlt in dem Moment zu demjenigen. Ja, ich habe Karten für Foo Fighters in drei Monaten. Da misst die Kohle es weg, oder was meinst du jetzt? Ne, also ganz ehrlich. Ein schlimmer Spaß. Entschuldigung. Ne, aber das ist, ne, da mache ich mir keine Sorgen, weil die Foo Fighters sind die Foo Fighters, das ist jetzt nicht irgendeine, das, die geben dir das Geld wieder, wenn die die Tour absagen. Dann kriegst du die Kohle wieder, das ist hundertprozentig so. Da mache ich mir gar keinen Stress. Ja, das ist auch. Eher so, ich würde halt gern das erleben, aber es ist natürlich klar, dass man in drei Monaten sowas nicht verarbeitet. Ja, ich glaube, dass die Stimmung dann so ein Konzert zu machen eher semi ist. Und ich könnte mir höchstens noch vorstellen, dass sie so eine Art Tribute-Konzert machen, ja genau, um ihn zu ehren. Ja, die Kohle ist natürlich völlig unwichtig in so einem Moment, also mir wäre es wahrscheinlich dann auch eher egal. Ja, sei mir nicht böse, ist sie nicht. Also nicht für mich. So, das sind halt 120 Euro pro Karte. Das ist mir nicht und das ist, ne. Entweder hätte ich die gern wieder, aber würde ich es gerne erleben. Also sei mir nicht böse, aber da hört die Empathie auf. Genau. Nein, Quatsch. So nicht, aber die verdienen, also die haben genug Geld verdient in ihrem Leben und ich würde die 240 Euro dann gerne haben. Gut, im Zweifelsfall ist sie auch der Konzertveranstalter, der das regelt mit den Karten etc. und nicht die Bands als solches. Nee, natürlich, absolut. Das ist ja eine ganz andere Nummer, ja. Ja, ätzend, ätzend, auf jeden Fall. Vor allen Dingen das Schlimme ist halt mit 50, das ist halt kacke. Weil 50 ist, der ist ein bisschen älter als ich, ein kurzes Stück und dann denkst du so, schau mal, stopp. Also ich würde es gerne noch ein bisschen mehr erleben von der Welt und ich sag mal, wir sind ja auch heutzutage so, glaube ich, mit der Medizin gesegnet, dass wir wahrscheinlich locker, wenn wir nicht hart es übertreiben oder irgendwas Mist kommt, dass wir um die 100 werden können ohne Probleme und wahrscheinlich nur einigermaßen gesund. Das sind natürlich immer die Fragen, welchen Zustand der Geist da aufgibt. Hast du auch gerne. Auch nicht so schön. Ich habe letztens eine Schlagzeile gelesen, dass die Kinder in 50 Jahren werden die Möglichkeit haben, ihren 150. Geburtstag zu feiern. Echt? So weit ist die Medizin. Durch Medizin, ja, okay. Aber es hat nur eine Überschrift gelesen. Ja, ich glaube auch, das halte ich für unrealistisch. Doch, ich halte das für sehr realistisch. Wenn du dir das Sterbealter sozusagen anguckst von, sag ich jetzt mal, 1900, 1950, gut, 1940 ist natürlich anderes, aber dann so 60, 70, 80, 90, die wurden halt immer, immer, immer älter, die Menschen, werden immer älter. Ja, das ist richtig. Und ich glaube nicht, dass das aufhört. Das ist, doch, ich glaube deswegen, dass es aufhört, weil es Material aufgibt. Also nicht, weil der, also der Geist wird da sein und wird sogar noch einigermaßen gesund sein, aber ich habe letztens ein Bild gesehen, da gab es irgendeinen Bericht von einem 100-Jährigen, also der war sehr alt und der sah schon echt mumifiziert aus. Irgendwann Mönch oder sowas. Also da gab es so Bilder, wo ich dachte, lebt der noch? Es lebt noch. Also wirklich, der sah wirklich krass, also wie, wie, wie ein, wie ein, wie eine mumifizierte Leiche, so, weißt du, so, ganz krass, wo ich dachte, okay, krass, der Typ ist noch da, aber der Körper sagt so, hm, das fand ich schon, das fand ich schon, also das würde ich auch, glaube ich, nicht wollen, also, das macht dann auch keinen Sinn, weil. Nein, wenn du, wenn du, ich sage mal, jetzt nicht mehr irgendwie bewegen kannst, oder sowas. Genau, ja, der war super langsam. Und dahin vegetierst, ja, da bin ich auch. Also der war noch da, der hat auch mit, war irgendwie eine Aufnahme, wo er mit einem kleinen Jungen gesprochen hat, oder sowas in der Art, aber das, ich weiß es nicht, also, nee, nee. Gut, die nächste Frage ist halt, in so und so vielen Jahren, also wahrscheinlich wirst du, naja, vielleicht doch, also, naja, du wirst ja, sagen wir mal, mindestens 90. Bei uns in der Familie, ja, ja, bei uns sind, meine Oma ist schon 96 geworden, meine Oma ist 96 geworden, meine Oma, glaube ich, 94, mein Opa ist über 90 geworden, also da sind die, die Voraussetzungen sind ganz gut, also. Ja, also kann es ja sein, dass du das erlebst und dann. Bei uns ist der Mist, bei uns ist der Krebs in der Familie überall, das ist halt deswegen so der, der Faktor, der, ähm, ist relativ, also, toi, 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 na hier, Holzklopfen, ähm, das relativ unwahrscheinlich werden lässt. Dass du so alt wirst. Ja. Nee, dass du so alt wirst, ne? Gehst du denn zu, zu, so, Tests? Ja, klar, so sollte man ja auch. Ja, also, ja, ja, nee, alles gut, das ist gut, 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 gut. Sollte man ja auch, ja. Und sie schon. Ich hab, äh, gar nicht lange her, hab ich extra, ähm, ich hatte doch Nierensteine. Ja. Och. Gute Erfahrung und so. Mhm. Und, äh, in dem Zuge, äh, hab ich die Nierensteine halt einschicken lassen. Jetzt muss ich noch, eigentlich muss ich noch einen Termin machen zum, zum Besprechen. Aber ich weiß schon, dass mein PCR-Test, nee, wie heißt der, nicht PCR, es gibt halt diesen, ne, Prostata, nee, also nicht Prostata, sondern es gibt halt dieses, dieses, PSR, vielleicht der. Kann sein. Es gibt halt irgendwas, um diesen Krebs zu messen, weil meine, äh, äh, vorbelastet sind sozusagen. Ja, ja. Aber da ist nix bisher. Ja, dann, toi, 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 dass es so bleibt, ne? Ja, also, mal gucken. Gucken. Wir werden's erleben, im Zweifelsfall. Oder auch nicht. Schwierig. Aber wenn du alt bist und dein Körper ist schwach und dein Geist ist noch da. Also jetziger Zustand. Ja. Exakt. Ich meine, das Zocken, also das Spielen von Computerspielen, in welcher Art auch immer, äh, wird dich ja trotzdem noch begleiten. Ich glaub nicht, dass wir irgendwann aufhören damit. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Ist doch auch noch. Anders vielleicht. Also ich, ich hab immer mal gesagt, ich kann das ewig machen, aber ich merke, ähm, so älter ich jetzt werde, ich meine, ich mach das jetzt ja seit acht Jahren, neun Jahren bald, ähm, dass natürlich da schon das Problem ist, Rücken wird krumm, weißt du so, das Sitzen das viele am PC macht den Hals krumm, die, der Rücken tut weh, äh, die Beine werden schwer. Ich hab jetzt letztens, oder eine ganze Zeit lang ja immer diese Spange getragen, um meinen Unterarm, den Mausarm irgendwie in den Griff zu kriegen und solche Sachen. Und du hast hier deinen... Ich weiß jetzt, hast du im Moment jetzt nicht an, aber deine, deine Handgelenksstütze und so weiter, das sind ja alles Folgen von übermäßigen, ne? Ja, das ist Arbeit und Hobby sozusagen, ja. Und, ähm, da, da wird mir schon deutlich, dass das nicht unbedingt so gesagt ist. Also, klar, wie du schon sagst, es gibt ja viele Möglichkeiten, ja, wie man da interagiert mit etwas, also ob es das, äh, das Spielen im Allgemeinen, ja, auf jeden Fall, das werde ich beibehalten, das ist, das finde ich auch so, so spannend und auch auf der anderen Seite so ein bisschen, ähm, schade, dass man schon so alt ist, weißt du, das ist der, der große Nachteil am Altwerden, finde ich, weil man weiß, dass das, was man erlebt, immer kürzer wird. Also, die Zeit, das alles mitzuerleben, wird immer kürzer, das ist für mich der größte Nachteil am Altwerden. Ja. Und auch nicht mal das Körperliche, weil das kann ich ja im Zweifelsfall irgendwie kompensieren, ne? Ja. Also, das, das ist ja schon was, was ich, ich bewege und sowas ausgleichen könnte, auch wenn ich es vielleicht gerade nicht wirklich hinkriege. Also, jetzt gerade die Woche, viel gerudert, ich habe seit Montag jeden Tag gerudert und dann am Freitagnachmittag habe ich, äh, ne, was Freitagnachmittag, Samstag früh aufgewacht mit Kopfschmerzen, ja, müsste Freitag oder Samstag gewesen sein, habe ich gemerkt, okay, du hast es wieder mal ein bisschen übertrieben, dass nämlich dann den Komplett, durch das Rudern ist auch der Oberkörper ja sehr gefordert. Ja. Und das hatte ich früher schon, wenn ich im Krafttraining war, dass wenn ich keine Pause gemacht habe oder wenig Pause gemacht habe, dass sich dann so der Schulterbereich so verkrampft hat, dass ich Kopfschmerzen bekommen habe. Das ist auch wichtig oder halt auch, ich glaube, ich müsste immer das Dehnen anfangen und solche Sachen. Das sind immer so Sachen, die skippe ich ganz gerne, ja. Ja, 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 sehr wichtig. Und da kommt wieder die V-Leute zum Tragen, ne. Also jetzt hier, das Rudern geht immer relativ schnell. Ich bin jetzt hier bei so zwei Kilometer, was auch noch mehr gehen würde, aber das ist oft dann zeitlich nicht drin. Und ich habe jetzt angefangen mit Video-Unterstützung zu trainieren. Also mit, ähm, ich habe praktisch, äh, auf dem iPad habe ich dann einen, also ich habe ja so ein Rudergerät, wo am Ende so ein iPad klemmt. Und da hatte ich vorher immer nur den Kreis, wo ich sehe, jetzt habe ich 100 Meter, 200 Meter, oder, oder, oder. Und ich lasse jetzt immer so ein Video laufen, wo eine in real life rudert, einen, einen Fluss runter, irgendwo zwischen den Wäldern. Und da läuft noch so ein bisschen Musik. Und das ist so ein krasser Motivationsunterschied, wenn du Wasser vor dir siehst. Und ich sehe dann auch immer die Kringel, die am, am Wasser, an der Wasseroberfläche entstehen, wo die Ruder halt abgestoßen worden sind. Dann versuche ich mich so einigermaßen darauf zu synchronisieren. Und, äh, paddel dann runter. Dann sehe ich links die Anlegestelle, wo die rote Boje ist. Das ist so meine derzeitige Endmarke. Das ist so cool. Ja. Ja, das glaube ich, ja. Und, äh, je länger du ruderst, desto mehr ist dann auch da zu sehen, sozusagen. Also, äh, ja, so richtiger Fluss. Ja, so Easter Eggs oder so, das wäre ja geil. Nee, das ist ja, das ist ja eine Aufnahme von jemand, der einen Fluss sieht so ein bisschen. Ja, wie weit wird der, wird der, wird der, wie weit wird die Aufnahme gehen, sozusagen? Ja, eine halbe Stunde lang geht die. Okay. Ich könnte eine halbe Stunde rudern. Ich bin jetzt so bei zehn, elf Minuten. Dann ist so meine zwei Kilometer rum. Und, ähm, das wird halt immer mehr. Ich bin ja am Anfang mit 500 Meter, 700 Meter, Kilometer. Jetzt bin ich bei zwei Kilometer. Und jetzt komme ich so langsam in den, in den Fluss rein, wo, ich glaube, so ab anderthalb Kilometer. Oder ist er von alleine? Das kenne ich noch früher vom Training, vom Fahrrad. Das läuft dann irgendwann durch. Also dann funktioniert der Körper einfach nur noch. Ja. Du merkst erst, wenn du aufhörst. Wenn du halt aus diesem Trott rauskommst, dann merkst du so, okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen fertig. Ich habe was gemacht, ja. Ja. Und das ist echt cool. Und vor allen Dingen, was auch bei dem Video passt, da kommt die Sonne von oben rechts, sodass es so Lensflares gibt. In dieser ist wahrscheinlich eine GoPro, weil das hart verzerrt ist, das Bild. Und bei mir scheint morgens durchs Fenster die Sonne von oben rechts. Ach, das passt denn auch noch. Das passt auch noch so. Das ist so richtig immersiv. Das ist geil, ja. Ja, mal gucken. Ich werde jetzt hier meinen Schreibtisch so ein bisschen umbauen. Und werde die, eine Monitorhaltung ein bisschen mehr an die Seite ranbringen, sodass ich den Monitor auch rüber schwenken kann. Und habe dann ein größeres Bild und lasse da das Video laufen, um zu rudern. Ja, das habe ich mir jetzt auch gehorcht, dass das iPad vielleicht ein bisschen klein ist. Ja, aber das hat gereicht. Ich starte dann einfach in die Ferne und habe erst mal gelangt. Das würde noch mehr immersieren. Aber ich habe jetzt überlegt, weil das Rudergerät direkt neben dem Schreibtisch ist, werde ich jetzt wahrscheinlich das dann so umbauen, dass ich dann da mit dem Gesicht noch vom Monitor hänge. Ja, ist super. Also das hat mich total motiviert. Und ich habe, wie gesagt, von Montag bis Donnerstag oder Freitag, ich weiß nicht, ob ich den Freitag noch mitgenommen habe. Auf jeden Fall habe ich es durchgezogen. Und das hat auch ganz gut getan dann, also die Tage sich da zu bewegen. Ja, und das muss ich halt mehr machen. Das ist halt ein faules Stück, bin ich. Ja, das ist ganz klar. Da wird eher gezockt und gestreamt und gedaddelt und gemacht, als dass ich mich dann irgendwie bewege und die Zeit nutze. Also klar, die Woche war schönes Wetter. Da habe ich jedes Mal eine Mittagspause, habe ich dann draußen eine halbe Stunde im Liegestuhl gelegen und habe die Sonne mir auf den Pelz brennen lassen. Oder nach der Arbeit habe ich immer noch mal so eine halbe Stunde bis Stunde habe ich noch mal draußen gesessen. Das ist natürlich geil, wenn die Sonne da runterkommt. Das ist ja richtig warm gewesen die Woche. Ja, fantastisch. 20 Grad. Und wenn du mitten in der Sonne liegst, dann war es ideales T-Shirt-Wetter. Ja, du liegst da und denkst du, oh geil. Also das ist schon. Und das kickt dann auch immer gleich. Also das, sobald die Sonne und es ein bisschen warm wird, ja, dass die Laune auch gleich wieder ganz anders und, also ich habe das so bei mir, der Weg zur Arbeit ist jetzt so, der führt so ein Stück über die Autobahn und da scheint die Sonne dir, die so leicht von rechts so rein. Und es ist auch jeden Tag morgens so gewesen. Also es ist ja ein ganz anderes zur Arbeit fahren, als wenn es halt ein grauer Tag ist oder Regen oder wie auch immer. Also die ist schon krass, wie sehr die Stimmung sozusagen vom Wetter abhängt. Ja. Richtig cool. Ja, cool, dass es jetzt wieder warm wird. Ja, definitiv. Also das macht schon sehr, sehr viel aus und ich freue mich auch. Das Problem ist halt immer die Zeit dann auch zu nutzen, die man dann, also bei mir jetzt, bei dir wahrscheinlich weniger, aber dass ich die Zeit auch draußen nutze. Das ist halt. Ja, wir haben, oder wir, meine Frau, hat diese Woche alles gegeben und den Garten quasi oder so, ja doch, den Garten so richtig umgekrempelt, nenne ich jetzt mal. Ja. Und dann blieben immer nur so ein paar Aufgaben abends so ein bisschen fegen, wenn ich nach von der Arbeit kam, durfte ich noch ein bisschen fegen oder so, damit gewisse Sachen abgeschlossen werden konnten. Ja. Und heute habe ich hier ein paar, heute und gestern haben wir so Bambus gekauft, kleine Pflanzen und sowas eingepflanzt und so. Das wird mit Sicherheit ein schönes Zuhause. Und hat sie die, hat sie die Steine abgekärchert. Wisst ihr, sie haben so Pflastersteine und die sind halt auch wahrscheinlich, wie alt werden die sein? Sagen wir mal 20 Jahre, 25 Jahre locker, wenn sie nicht sogar so alt sind wie das Haus, also 30 Jahre. Und die haben halt schon so Flecken gehabt und sowas und die waren grau. Und jetzt hat sie die abgekärchert. Die haben ja null Flecken mehr, die sehen aus wie neu. Und die sind rot. Wer hätte das gesagt? Die haben so einen leichten Rutsch immer. Richtig geil. Richtig geil. Cool. Sieht aus wie neu. Das ist natürlich so, dass man, wenn man so einen Stein, weißt du, so einen Pflasterstein abkärchert, dann macht man so die Poren frei. Genau. Und dann wird der sehr rau. Muss dann danach wieder absanden. Das habe ich gesehen bei diesem Einiger-Typ. Ja, die Fugen sowieso, ja. Die Fugen musst du wieder neu verfugen, bisschen Sand rüberkehren, damit die Fugen wieder dicht sind. Weil sonst... Einschwemm. Sonst wird irgendwann der Stein da lose, ja. Ja. Richtig. Ja. War richtig cool. Ja, die Frau hat gestern, meine Frau hat gestern den Balkon gemacht. Ähm. Hat sie verbreitert. Genau, hat ihn ausgebaut bis zum Nachbarn ans Nachbarhaus. Nee, einfach sauber gemacht. Ist hier so. Ist der Kater, der Jamie, aka Klopsy. Der trägt immer das ganze Spielzeug nach draußen. Ach. Und dann fliegt das auf dem Balkon rum, dann wirft das irgendwie hinter den, wir haben so zwei große, ähm, es gibt doch diese, wie heißen die denn? Pflanzsteine. So meistens rund an der einen Seite eingedellt, dass man sowieso eine Kette machen könnte, so aus grobem Beton gegossen. Hat man oft so im Garten, dass man so einen Hochgarten draus macht oder so. Oder eine Begrenzung fürs Beet. Das sind also praktisch große, runde Steine, sehr, sehr schwer. An der einen Seite so eingedellt, dass man den nächsten praktisch wieder ransteckt und dann praktisch so eine Mauer bildet aus den Dingern. Und die, da gab es mal so einen Tipp, die kann man gut als, ähm, äh, Katzenturm nutzen. Also, dass man einen legt man quer, also auf die, auf die Seite, dass das Loch praktisch nach oben zeigt und die anderen stellt man dann drauf wie so einen Ring nach oben. Und dadurch, dass die abgerundet sind und so schwer, stacken die praktisch übereinander. Du kannst wie so einen Turm draus bauen. Also wir haben praktisch einen quer und zwei oben drüber. Das ist dann so ein, ich würde sagen, Meter zwanzig hoch. Und dadurch, dass die so schwer sind, fallen die auch nicht um. Also selbst hier der Acht-Kilo-Kater kriegt die da nicht bewegt, die Steine. Und, ähm, die heizen sich auch in einem, die sind so grau. Da gibt es verschiedene Farben und, äh, die heizen sich in der Sonne so auf und die Kater lieben es sich dann da in diesen Stein reinzulegen im Sommer. Also das ist bei uns auf dem Balkon und die haben dann eine Aussichtsplattform, die auch warm ist und die auch durch diese Grobhorigkeit, durch die Katzenkrallen gut. Das ist ein richtig schönes Katzenspielzeughaus oder auch ein Schutz vor Regen zum Beispiel, wenn sie draußen sitzen. Cool. Ja, das ist mir gerade so eingefallen. Ja, wir haben auch so ein Katzenhaus, also so ein richtiges Holzhaus mit so einer Klapptür, die in alle Richtungen aufgeht. Aber Kiki geht da irgendwie nicht ran. Das haben wir so extra draußen für sie hingestellt, aber das interessiert die. Oder wir müssen da mal was reinlegen irgendwie, damit sie das überhaupt wahrnimmt wahrscheinlich. So, weißt du, so. Ja, einfach spielen würde ich rein. Einfach reinspielen. Könnt ihr da rein oder ist es nicht so hoch? Wir können da nicht rein. Okay. Nein, das ist nur so ein kleines. Wie eine Katzenhütte. Wie eine Hundehütte, nur für Katzen. Ja. Exakt. Ja. Reinspielen, wenn sie keinen Bock haben. Ich meine, wenn die nicht so in Höhlen sind. Es gibt ja verschiedene Katzen, die manche haben Bock auf Höhle, die anderen nicht. Also, das ist ja auch bei uns dann auch. Bock auf Höhle. Ja, es ist zum Beispiel Mephisto war jemand, der immer abends sich unter die Deck gebohrt hat und wollte zwischen den Beinen liegen. Weißt du, zwischen den Beinen und die Decke oben drüber, wo ich denke, keine Luft, Panik. Also, ich möchte nicht unter deiner Decke zwischen den irgendwelchen größeren Beinen liegen, weil einfach keine richtige Luft und, weißt du, so. Ja. Und Jamie und Marley, Marley vielleicht eher, Jamie überhaupt nicht. Also, irgendwie und irgendwo drunter legen, hat er auch keinen Bock. Ja. Und deswegen, glaube ich, sind es auch unterschiedliche. Wenn ich hier den Katzentransportkorb noch stehen habe, dann ist Jamie jemand, der sich, legt sich da rein oder auch hier der alte Mann, der Isi, der legt sich auch dann in den Katzentransportkorb rein. Also, der hat Bock auf Höhlen. Oder er hat allgemein Bock auch. Irgendwie Decke zum Zelt machen, dann ist er da drunter und pennt erst mal ein paar Stunden unten drunter, weil er Bock hat auf Höhle. Geil. Ja. Bock auf Höhle. Können wir den Titel nehmen. Ja, als Kinder haben wir das immer gemacht, Höhlen gebaut. Das war unser großes Ding. Ja, klar. Ey, Jack ist auch der Budenbauer schlechthin. Ja, das ist cool. Da muss überall ein Dach drüber. Ja, bei meiner Oma haben wir immer das komplette Sofa auseinandergenommen, die ganzen Kissen und dann so gestapelt und Decken drüber und dann bist du irgendwo reingekrochen. Und es gab ein ganz anderes Feeling, ne? Wir haben immer Stühle, ich habe immer Stühle zusammengestellt so und dann eine Decke drüber und dann hattest du so eine, dann hattest du halt so eine Art Haus. Ja, oder über einen Esstisch kann ich mich erinnern, dann haben wir einen Decken gelegt und dann bist du unter dem Esstisch und hast so eine, deine geheime Höhle. Ist das irgendwie so ein Ding? Es ist ein Ding. Ist es ein... Steckt den Menschen so drin? Genau, das denke ich auch gerade, dass es so ein vorsinnflutliches Höhlen-Ding ist. Aber warum machen wir das als Erwachsenen nicht mehr? Hat man doch. Ein Haus als Höhle? Man wohnt doch. Luxushöhle. Man hat ja seine eigene Höhle. Ja, aber eine Höhle ist doch noch was anderes. Es ist doch viel cooler, wenn es ein bisschen enger ist und kleiner und heimlicher und überall Decken. Weißt du, was ich meine? Also ein Haus ist ja nicht so höhlenartig. Ein Haus hat ja meistens Fenster. Das kommt auf das Haus an. Wir sitzen da an. Schwierig. Wie man erlebt. Hör auf, ey. Weißt du, was mir gerade einfällt denn in dem Moment? Im Zuge ist das in der aktuellen Situation, die es ja gibt in der Welt mit Leuten, die einfach so Kriege anfangen. Erwische ich mich dabei, wie ich mir denke oder wie ich mir darüber mal Gedanken mache, wie ich meine Familie und mich im Worst Case schützen könnte. Weißt du, so ein Prepper? Ja, das ist, nee, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also bisher nicht. Machen wir es so. Ja, kommt noch. Ja, soweit ist der Gedankengang jetzt noch nicht. Aber ich habe mir halt so überlegt, im Worst Case Szenario, was in meinem Haus wäre der sicherste Punkt und so. Der Heizungskeller? Nee. Also in meinem Fall nicht. Du kennst es ja hier nicht. Okay. Es ist sozusagen der Flur im Keller, weil der Flur mitten, also er ist nochmal geschützt von äußeren Betonreihen, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ja, dann. Großes Bauprojekt demnächst. Und so eine Sachen, weißt du so. Und dann überlege ich, ja, okay, aber wir müssten das eine Feste ist mir noch, und da müsste ich, also theoretisch, um es ganz sicher zu machen, so meine Gedanken denn immer, weißt du, müsste man halt eine Metallplatte bauen, die man so zumachen kann und so. Na, du brauchst was, was einstürziger ist. Also was, wo, also man sagt ja, beim Erdbeben unter den Türraum stellen. Wenn das Haus sozusagen kollabiert, dass es das darf, aber dann irgendwann aufhört. Genau. Genau. Habe ich, genau, genau dieser Gedanke war dann, okay, muss ich das jetzt hier unten noch mit Metallträgern noch verstärken, oder nicht? Weißt du so, das ist, ach Mann. Ich weiß nicht, ob der Gedanke so. Dass man überhaupt darüber nachdenkt, das ärgert, also das ist doch, was ist das für eine Welt? Weißt du? Ja, mach ich gar nicht. Also ich bin nicht der Typ, weil ich keinen Bock hätte, auch verschüttet sein im Keller. Weißt du so, das ist, das ist das. Ja, aber am Leben so. Weißt du, das ist dieses. Nee, nee, dann lieber Finale raus. Ja, nee, da hab ich, da hab ich ja so einen kleinen Jungen, der könnte der Präsident werden. Nee. Das ist alles, was meine Aufgabe ist, den zu schützen. Der Präsident von Brandenburg. Meine von Gott gegebene Aufgabe. Ja, ja, das verstehe ich, aber nee, nicht im Keller irgendwie verschüttet. Dann bau dir einen richtigen Bunker, aber nicht im Keller, wo du vielleicht dann nicht mehr rauskommst. Nee, der Gedanke geht schon so, dass der denn auch umbaubar ist. Also er muss quasi mit wenigen Handgriffen innerhalb von, ich sag mal, einer halben Stunde umbaubar sein in einen Luftschutzbunker. Und der muss dann natürlich auch einen Ausgang haben. Ist ja klar. Okay, wir wissen, was in den nächsten Jahren passiert. Wir brauchen einen größeren Stemmhammer. Ja, und ich muss wissen, wie tief kann ich bohren. Kann sich mit Colin Firth mal in den Tiefen setzen, hat er gerade auch einen Tunnel gebaut. Der Typ, Alter, der ist safe. Entschuldigung. Entschuldigung, er hat keiner gehört. Okay. Der ist safe. Für die nächsten 200 Jahre. Der ist nicht besonders tief. Der ist nicht besonders tief. Der hat so krasse Metall, also der hat so dicke Metallplatten da drum und das nochmal in Beton gegossen. Ja, schon klar. Also es ist auf jeden Fall so stabil, dass er sich einstürzt. Also sagen wir mal so, ist wahrscheinlich der sicherste Ort in seinem Ort. Ja, das könnte gut sein. Ist sein Keller. Ich beneide ihn um seine Man Cave, die er da gebaut hat, diesen ersten Raum, wo er aus dem einen Schuppen rein kann. Das finde ich geil. Das ist echt entsprechend ventiliert und wahrscheinlich ist da drin super kühl im Sommer. Da ist entspannt, das mit Sicherheit ja. Das merke ich ja hier schon. Oder du wirst ja auch merken, wenn draußen 30 Grad werden, bist du in deinem kleinen... Nee. Hab ja noch keinen Sommer gehabt hier unten. Ja, deswegen, nee, das gebe ich dir sozusagen schon mal an. Das wird gut. Da freue ich mich drauf, weil das ist wirklich, ich meine, ich werde natürlich diesen Sommer nutzen, um Sonne, wir greifen wieder auf den Themen zuvor, die Sonne zu nutzen und so weiter und das ist auch mir wichtig. Ähm, aber ich, ich, natürlich freue ich mich auf die Zeit, wo wir, wo wir davon profitieren, dass wir endlich die Kellerwohnung haben. Das ist, was ich meine. Also die, hier unten ist auch dieses Klima ganz anders. Das ist eine ganz andere Klimazone hier im Keller. Ist es, ist es. Ohne Witz. Hier ist die Luftfeuchtigkeit wesentlich niedriger, das merke ich. Also richtig hart, weil wir haben hier knapp über 30 Prozent Luftfeuchtigkeit und oben sind es mit Ach und Krach knapp 50. Also die Luftfeuchtigkeit da oben ist, ist, ich habe hier Mio-Markt gesagt, es tut mir sehr leid. Die Luftfeuchtigkeit da oben ist viel zu hoch teilweise, was ja auch zu Stockflecken geführt hat und hier unten wesentlich niedriger. Ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass wir hier auch alles rausgerobbt haben. Weißt du, dass die Wände jetzt endlich mal frei sind? Weil die Wände ja, hier ist ja nichts mehr auf den Wänden und das war ja vorher wirklich krass viel drüber gebabst. Aber das steht uns auch noch an für oben. Mal gucken. Jetzt wird das Bad gemacht irgendwann demnächst oben. Unser Vermieter durch den Wasserschaden wird das Bad neu fließen lassen. Da wird es zwar drüber fließen, also über die alten Fliesen drüber, was aber auch cool ist, weil die arbeiten, ein komplettes Bad, die Fliesen abzuschlagen, ist natürlich Riesenarbeit und natürlich auch Riesenkosten. Machen die neuen Fliesen über die alten Fliesen? Das ist Standard, ja. Das macht man relativ häufig, um Kosten zu sparen. Also das kann man geben. Also das habe ich schon in den XB dann gehabt, wo ich gewohnt habe. Echt? Ja, weil die Wand trägt dann nur so einen Zentimeter auf und die Arbeit ist einfach, die Kosten sind halt niedrig. Allein das jetzt nur drüber fließen, inklusive neue Badewanne setzen, weil das kannst du nicht machen. Also weil, er hat schon gesagt, wenn er an der Badewanne die Fliesen abschlägt, wird die Badewanne Schaden nehmen, hundertprozentig. Das kriegst du nicht so ab. Deswegen musst du eine neue Badewanne setzen. Ich hoffe, der macht das Waschbecken neu, sonst bezahle ich das selber. Das ist dann ein hoffentlicher Baumarkt und soll er da neue Dübel reinziehen? Oder wenn ich mache es selber, eigentlich mein Waschbecken anbringen ist jetzt kein Kunstwerk. Ist jetzt keine Kunstwerk. Ist kein Kunstwerk? Wenn ich es mache, ist es Kunst. So hat noch niemand Waschbecken montiert. Ja, die machen das neu, fließen das drüber, weil, und das kostet schon irgendwie 8K oder sowas, also das ist. Für 8K machen wir nicht mal die alten Fliesen runter, also wirklich. Ne, das ist teurer, wenn die Fliesen runter machen lässt. Ja. Und das zahlt ihr Vermieter, ich zahle hier nichts, also kannst du vergessen, ich habe ja schon so viel Geld investiert in die Bude, jetzt gerade in die Kellerwohnung, ist ja schon hart aufgewertet durch den Boden. Ey, wenn ich, jedes Mal, wenn ich hier durch diese Wohnung gehe und gucke an so Ecken und ich weiß, wie die Ecken hier aussahen Richtung Sockelleiste, da waren teilweise richtig Löcher im Boden, also praktisch der Estrich kommt ja an der Seite an und dann kommt die Wand und da zwischen Wand und Estrich war teilweise echt schon gut rausgebröselt und ist ja alles zugemacht worden, alles vergossen, alles gerade, alles, also wie der Boden hier aussah, das hätte, also vorher wellig, fleckig durch x-fache Renovierungsarbeiten, das wurde ja alles glatt gezogen und um das dann zu bekleben mit dem Laminat. Ja. Und das ist ja so ein krasser Unterschied mittlerweile. Und oben die Wohnung, die ist halt in einem nicht so guten Zustand im Vergleiche zu der unten. Also, guck, wir wohnen da oben 10 Jahre, ne, langsam muss auch mal wieder renoviert werden und... Ja, ist so. Wir werden jetzt... Es gibt auch kleine Vorschriften, äh, Vorschriften, äh, Vorschriften, ne, dass wann sowas repariert werden muss oder wann mal renoviert werden muss. Naja, gut, das Bad ist aus den Bauzeiten, ne, das Bad ist rosa, hat man auf den einen Bildern auch gesehen, so zart rosa. Und deswegen bin ich ganz froh, und ob er jetzt da drüber klebt oder neu macht, ist mir eigentlich gerade Latte, weil die Oberfläche sieht genauso aus. Das macht ja keinen Unterschied, ob du drauf fließt oder nicht. Weißt du, das wird ein bisschen höher und es wird vielleicht oben eine Anstoßkante geben, irgendwie, die ein bisschen breiter ist, aber im Endeffekt macht das ein Fachmann und mir doch Latte, ob das Bad einen Zentimeter, weißte, Raum verliert, ne, das ist mir, das ist mir relativ wurscht, weil mir ist es total egal, weil ich investiere in keine Mietwohnung. Wenn das Eigentum wäre, wäre das eine andere Nummer, aber ich gebe ja kein Geld für, für eine Wohnung, wo ich im Zweifelsfall dann irgendwann mal ausziehe wieder aus. Also, ich mach auf jeden Fall, also, wenn ich mal hier das Bad machen soll, was auch wahrscheinlich passieren wird, mach ich die Fliesen abmachen. Persönlich will ich halt wissen, wie es da drunter aussieht, ne, ist da alles in Ordnung sozusagen, ne. Ja klar, bei Eigentum ganz klar, da würde ich mir auch die Arbeit machen, aber so, ich hab gesagt, ich investiere nicht in diese Wohnung, das stand schon mal vor ein paar Jahren an, das Bad zu renommieren. Ähm, aber jetzt ist halt die Gelegenheit und das Geile ist halt, was ich auch schon gesagt hab, der soll das dann höher fließen, also um die Dusche rum, wo wir duschen, soll dann bis hoch gefließt werden, damit man halt ein bisschen mehr Spritzschutz hat, weil da hab ich einfach Elefantenhaut gestrichen und dann war das, war das versiegelt, weißt du, für Duschwasser. Ja, das ist einfach, das Haus ist, das ist irgendwie aus den 80ern, das ist ein bisschen hart gedämmt, das hat ja auch der Typ gesagt, der mal oben wegen der Feuchtigkeit im Schlafzimmer war, der sagt einfach, man hat zu einer gewissen Zeit, hat man die Dämmung so gebaut oder hat sich vorgestellt, ein Haus müsste maximal dicht sein, damit das nicht schimmelt, aber das ist genau der Nachteil, nämlich die Wände müssen atmen können nach außen, also Feuchtigkeit muss, muss ausströmen können und das führt auch dazu, wenn man so dicht baut, dass es dann halt zu Stockflecken kommen kann, weil sich die Feuchtigkeit einfach im Haus sammelt und nicht entweichen kann und ja, das ist, hier würde ich kein Geld investieren, also bin ich, wenn es mir gehören würde, ja, aber ich will es gar nicht haben, also schweigende, dass du im Moment keine Wohnung zahlen kannst, also hier in Frankfurt, unfassbar. Ja, es wird ja auch nicht billiger werden, also du kannst vergessen, dass hier in dem Bereich irgendwie Mieten sinken würden in den nächsten Jahren, das ist niemals. Oder überall, also nicht nur in Frankfurt, sondern überall werden Mieten nicht billiger werden und auch Eigentum wird nicht billiger werden, also und deswegen ist das, nee. Ja, mal gucken. Vielleicht irgendwann, wobei, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das irgendwann mal günstiger wird, außer der, die Politik schiebt einen Riegel vor, weil sie, was ich sozusagen vor zwei Jahren für dieses Haus hier bezahlt habe, da würde ich jetzt das mehr als das Doppelte bezahlen und das nur innerhalb von zwei Jahren, das ist halt unfassbar. Na, gesetzlich kommt, wenn dann eine Mietpreisbremse, das heißt, dass das erstmal angehalten wird, aber dann heißt das ja auch nicht, dass das so bleibt und deswegen ist top so. Ich meine, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich in einer Situation bin, wo wir uns die beiden Mieten leisten können, die noch sehr günstig sind. Darfst du dann sein, ja. Und der Gegenzug ist dann halt ein, nicht besonders in einem Top-Zustand irgendwie eine Wohnung zu haben, das ist halt ein Riesen-Nachteil, weil es halt ein Sparbrötchen ist bis zum Anschlag. Weißt du? Auf der anderen Seite, ich bin froh, dass die Fliesen dranbleiben, weil dann die lauten Arbeiten und die verstörenden lauten Arbeiten für unsere Kater halt nicht so belastend sind, wie wenn einer in der Woche lang Fliesen von der Wand ballert. Na, mit dem Stemmhammer. Ja, meinst du, das dauert so lange? Also, dieses Bad renovieren, die neuen Fliesenlängen, sagt er, zwei Wochen. Das war seine Aussage von dem Fliesenleger, der da war. Ja, dann kommt er irgendwie zwei Tage in den zwei Wochen. Trocknenzeit, Trocknungzeit. Er muss ja komplett machen, er muss die Heizung demontieren. Ich bin kein Handwerker, also in dem Sinne, dass ich wüsste, wie lange das dauert. Also, die Heizung muss abgestellt werden im Bad, die muss nach unten geklappt werden, damit sie hinter der Heizung halt fließen können. Die Badewanne muss raus, die muss ausgeschlagen werden, neu gesetzt werden, eingemauert werden. Die sitzt ja auf so Steinen drauf. Da stelle ich mir alles nicht so schwer vor. Ja, keine Ahnung, ich bin kein Handwerker. Ich kann es dir nicht sagen, wenn der Mann da sagt, er braucht zwei Wochen oder planen Sie mal zwei Wochen. Wenn er das sagt, alles gut, dann machen wir das so. Dann werden wir noch streichen, dann müssen wir wieder einräumen. Und kommst nicht komplett durch. Will ich es hier zehn Stunden, sechs Tage die Woche. Ja. Keine Ahnung. Also, wir werden die Kater ins Wohnzimmer einsperren für die Zeit. Dort alles reinstellen und die da bespaßen. Während die da die lauteren Arbeiten haben. Ich meine, das einzige Laute wird die Badewanne sein. Wer weiß, was man noch so findet. Also, wenn man dann auf einmal die Badewanne entfernt, denkt man so, das sieht ja gar nicht gut aus. Da wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn in dieser Bude hier die allgemeine Feuchtigkeitsprobleme hat, wenn das nicht noch kommt. Aber dann werden die Silberfischchen aufhören, ihre Party zu feiern bei uns im Bad. Die sind immer so laut morgens, tief in der Nacht, geht es los. Ich muss raus, hört mal auf. Wurde es denn eigentlich Silberfischchen gut? Wozu die gut sind? Was ist, also jedes Insekt hat ja irgendwie so seinen Sinn. Die sind Futter für andere Tiere. Ja, für unsere Kater, weil die jagen, Marley sitzt immer da im Bad. Die essen irgendwelche Bakterien, aber sind sie gut? Ich glaube, die bloße Existenz in deinem Haus von Silberfischen müsste eigentlich darauf schließen lassen, dass irgendwas nicht stimmt, oder? Das ist, glaube ich, das ist bei mir im Kopf. Boah, Silberfischen hat man schon ganz oft. Also das ist immer, wenn du gerade im Bad. Ja, 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 das steht auch zur Frage. Aber irgendwas, warum sind die da? Was sind die überhaupt? Die sehen aus wie kleiner? Wie einfach so? Natürlich, das ist die Ursuppe. Flup, ist so ein Silberfischchen da. Oder kommen die angewandert? Haben die so eine Art Travelzentrum, wo die sagen, guck mal hier, wo kannst du hin? Hier bei den Sturzens, das ist rechterlich feucht. Da könnt ihr einziehen. Hier bei den Sturzens ist, ja, aber die Lage, die Lage. Aber es ist teure Miete, sagt er dann. Der Silberfischvater zu seiner Silberfischvater. Aber gute Lage. Ja, ich habe keine Ahnung, warum Silberfische existieren. Das würde mich auch interessieren. Mali jagt sie immer. Der guckt immer, wie sie unter dem Badteppich verschwinden. Das sind immer so ein oder zwei, siehst du mal. Ja. Keine Ahnung, irgendeine Silberfischfamilie hat sich da. Wir haben schon probiert mit diesen Döschen, die man so setzen kann. Das ist dann, wo die dann irgendwelchen Gift fressen. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Silberfische für einen Sinn haben. Aber ich kenne es halt aus fast jeder Wohnung, wo ich schon gewohnt habe. Nicht persönlich gewohnt habe, sondern auch zur Miete mit Eltern oder so. Das kann immer mal so ein, kann auftreten, so saisonal. Kann mal so ein Silberfisch drüber flitschen. Aber die kommen halt auch, wenn es feucht ist. Ja, natürlich, klar. Das ist die Voraussetzung. Naja. Also, keine Ahnung. Ob dein Silberfischproblem. Schmecken die? Schmecken die? Können wir vielleicht da nutzen. Die sind auch so silberlich. Also, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Die sehen aus wie so ein... Wenn du die tötest, ist ja trotzdem... Das bleibt ja so grau da drin. Grau-Silber. Ich hab mir das nie genau angeguckt. Ja. Sagt das jetzt übrigens was aus? Ja, ja. Doch. Silberfischchen seziert. Wir können ja mal schreiben, welchen Nutzen haben Silberfische. Ja, das ist gut. Heiß nicht Silberfische? Ist das überhaupt ein Fachbegriff dafür? Der Silberfisch allgemein? Der Silberfisch allgemein? Ist das... Ist ein Silberfisch? Silberfisch. Auf was für Themen kommen wir denn hier? Ach, so sehen die aus. Silberfische bekämpfen, so wirst du... Nee, 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 nee. Ja, die heißen Silberfische ist eine Art Insekt. Ein flügelloses, lichtscheues Insekt, dessen Name auf seine silbergraue, schuppige, stromlinienförmliche Körperform zurückzuführen ist. Ah. Vorliebe für Kohlehydrate wie Zucker. Wo kommt der Zucker im Bad her? Wieso sind die dann nur im Bad? Leben. Warum? Silberfische sind weltweit verbreitet und wärmeliebend. Ja gut, Bad ist immer gut geheizt, ne? Also heißt das, die können auch größer werden. Gibt es nur 2,50 Meter Silberfische in Ecuador? Vielleicht? What? In so einem versifften Bad? Der sitzt da, der nur kackt. Silberfische. Gib mir mal Toppapier, Mann. Gattung Lepisma. Mensch. Ist die Klasse der Insekten. Familie der Lepismatidae. Lepismatidae, ja. Sechs Füße. Können wir das jetzt? Sechs Füße. Also nicht mal acht Füße. Hm. Ja, okay, Silberfische. Hm. Und, äh. Ursachen und Hausmittel. Was machen wir jetzt mit der, mit der, mit der. Mit der Information, keine Ahnung. Wir haben es mal, wir haben es mal besprochen, ne? Wir haben da mit dem Podcast gefüllt. Ähm. Ich bin sehr gespannt. Wir haben hier nur Zeit, wir haben nur Zeit tot geschlagen und Leuten Zeit geklaut mit unserem Podcast heute wieder. Hervorragend. Mach die Kamera hier. Hallo Kamera. Ist nicht schlimm, lass die Kamera. So. Und sonst? Koffe, bei mir geht der Stream nächste Woche wieder akkurat los. Besser. Diese Woche war ja auch schon wieder scheiße. Ja, die Woche war bei mir auch großer Abfuck. Kopf hat mal wieder rein. Also die Woche ist bei mir echt mies gestartet, muss ich sagen. Im Moment sind so viele Tasks und auch sehr viele negative Ereignisse, über die ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt hier nicht sprechen möchte. Im Stream, äh, im Podcast. Und das hat wieder so viele Tasks auf die Dings gebracht. Da war wirklich, oh, den einen Tag, da war, das war echt nicht gut. Und da war noch Schlafmangel dabei. Das ist, glaube ich, mein, das ist meine Achillesferse. Und da muss ich, das habe ich gemerkt, der Schlafmangel in Verbindung mit Kopfkino ist, äh, eine, eine selten dämliche Mischung. Also ich muss das in den Griff kriegen, zu schlafen. Ich muss konsequenter sein, was mein... Was dann ins Bett gehen angeht. Ja, das ins Bett gehen ist es ja manchmal auch nicht. Weil wenn ich dann kurz vor knapp ins Bett gehe, dann, also ich muss, entweder muss ich noch zeitiger ins Bett, damit ich diese, dieses Rumsurfen, Rumklicken... Aber das hilft dir auch, das ist ja auch nicht gut fürs Schlafen. Ja, einschlafen kann ich sehr gut und schnell. Also das geht schon. Wenn ich das Licht aus habe, bin ich, dann bin ich in zehn Minuten, spätestens bin ich weg. Also das merke ich am Mittagsschlaf, wenn ich mich hier hinlege und mache meinen Powernap. Da kann ich, da bin ich so noch zehn, 15 Minuten, penne ich weg. Deswegen ist es auch so gut, dass ich dann einen Wecker gestellt habe, weil da kommt die Tiefschlafphase nicht so ran. Ja, also das werde ich auf jeden Fall, muss ich besser in den Griff kriegen, weil der eine Tag war einfach nur ätzend. Dann habe ich noch hier das F geübt auf der Gitarre. Das weiß ich nicht, wann ich das jemals in meinem Leben hinkriegen soll, ein F zu greifen. Mein Zeigefinger macht nicht das, was ich will. Also der drückt die Seite nicht runter. Also ich bemühe mich sogar nur einzeln diesen Finger an die Seiten zu drücken. Ich kriege nicht jede Seite so gedrückt, dass da ein sauberer Ton bei klingt. Und das hat mich echt, das war an einem Tag noch zusätzlich und das war dann so auf diesen, es klappt alles nicht, ist alles scheiße, war das noch so ein Top drauf, dass ich hier die Gezache hätte entzünden können oder eine Verstärkerreihe. Das hat mich so genervt an dem Tag. Ich habe das F geübt und das ging nicht. Und ich denke, warum, mein verkrüppelter Scheißfinger muss auch diese Seiten runterdrücken können. Und was ist denn das Geheimnis, dass ich diesen, wie so eine Kapo-Klemme, das komplette Ding da runterdrücke? Ich kriege nicht auf die Kette. Ist die Macht im Daumen. Ja. Weil du mit dem Daumen, ja, drückst du die Hand ans Griffbrett. Also bei mir ist das Problem, dass ich unten nicht drücke. Also die oberen drei Seiten, würde ich mal sagen, geht und unten ist da der Fehler drauf. Den Finger weiter runterzuziehen. Da hast du mit der letzten Seite vielleicht auf dem Gelenk vom Zeigefinger landest. Okay. Aber ich habe jetzt mir gemerkt, was ich spiele. Ich spiele ein E-Moll, ein A-Moll und ein D-Moll. Das weiß ich jetzt schon. Das sind diese einfachen drei Griffe, die ich ja schon die ganze Zeit im Kreis dattel. Dazu kommt das C, das ist noch, da hakt es manchmal, das liegt auch so tagesformabhängig davon, ob ich dann diesen Umgriff kriege, weil ich über dann oft auch aus jedem E-A-D versuche ich auch umzugreifen auf C. Aber manchmal suche ich dann doch noch die Seiten. Und ich habe mittlerweile gemerkt, ich spiele flüssiger, wenn ich nicht hingucke. Ja. Also dieses Hingucken auf die Seiten, dann irgendwie, wenn ich nicht hingucke und für mich so ein bisschen rumschrabbel, greife ich oft intuitiv besser, als wenn ich mich darauf konzentriere. Die Kunst ist jetzt, da sozusagen zu bleiben und nicht darüber nachzudenken, was du tust. Natürlich musst du wissen, was du tust. Aber bei mir ist es auch so, wenn ich spiele und ich bin im Flow und es passt alles, auch vom Takt her, und dann denke ich darüber nach, was ich tue, geht es schief. Das ist wie sozusagen, der Autopilot ist ausgeschaltet und Analysefunktion ist an und da die, das hakt dann. Dann bist du raus. Ich glaube, das geht vielen so. Ja, also Schlaf ist bei mir das Geheimnis, habe ich gemerkt. Und das ist auch mein, wo ich ja auch ganz, ganz bewusst weiß, dass das zu kurz kommt. Und das führt dann dazu, dass der Rest auch nicht mehr funktioniert. Und das ist, da muss ich ansetzen. Also ich muss das zum Schlaf im Griff kriegen. Ich brauche, ich glaube, ich brauche ein neues Bett. Das ist der erste Step, der jetzt als wichtigster Punkt kommt. Also das Wasserbett raus, weil das ist, glaube ich, nicht gut. Anständiges Bett, anständige Matratzen. Mal gucken. Ich liege halt so von der Hüfte her, von den Schultern liege ich gut im Wasserbett. Also weißt du, weil meine Schultern weit genug einsinken können. Aber nicht stabil im Becken. Das ist der Nachteil vom Wasserbett, weil du keine Stütze hast. Weißt du, also der Lendenwirbel wird nicht genügend gestützt über die Zeit. Das ist der große Nachteil an dem Wasserbett. Die Wärme ist top, alles top. Schultern kann ich super einsinken, habe keine verkrampften Schultern, wenn ich auf der Seite liege. Und auf einer normalen Matratze ist es wieder umgekehrt. Da ist halt das Becken gut gestützt. Und die Schultern tun mir danach weh, weil ich nicht auf der Seite pennen kann, weil ich zu hoch liege. Also braucht man eine Bettmischung. Ja gut, es gibt ja, Matratzen sind ja so aufgebaut, dass sie in einem Becken stabiler sind. Oder verschiedene Kerne haben. Oder in der Schulter richtig weich sind. Aber das Problem ist halt immer, dass eine Matratze ja nicht für den Hirnsturz, der knapp zwei Meter ist, konstruiert werden speziell. Sondern für allgemein die Menschen. Und dann baut man eher so ein universelles Teil. Also ich habe da noch nicht die, also zum Beispiel meine Frau schläft auf der Federkern-Top hier unten im Keller. Da schläft sie top. Oben hat sie das Problem, dass sie nicht gut schläft. Und bei mir ist umgekehrt. Da sind ja beide Probleme oben. Also muss. Naja, ich schlafe oben besser. Ich schlafe auf dem Wasserbett besser, weil es einfach, weil ich nicht meine Schultern so verballere. Und das ist ja auch dann wieder, da führt ja auch eins zum anderen. Also wir müssen irgendwas, ich muss irgendwas finden. Ich habe jetzt so viel Federkern schon ausprobiert. Vielleicht irgendwie eine hochwertige Kaltschaum-Matratzen-Gedöns irgendwie. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Lösung. Ich brauche was Weiches um die Schultern. Ich muss auf jeden Fall Platz haben für meine Schultern in so einem scheiß Bett, weil da bin ich einfach zu breit irgendwie, dass ich da gut schlafe. Ja, Bett muss ich angehen und schlafen. Oder allgemein auch vielleicht mehr schlafen. Mehr bewegen und mehr schlafen. Das ist, glaube ich, eine gute Essenz aus dem, was du alles gesagt hast. Also ich muss mich ja auch zwingen. Doch, naja, schon zwingen. Ich würde es so gern noch weitermachen. Aber nein, stellenweise mache ich jetzt ja 22, 30 aus, damit ich dann pünktlichst im Bett liege und möglichst so viel wie möglich Schlaf noch mitkriege. Wobei, so viel wie möglich sind dann auch nur noch sechs Stunden halt. Ja, aber wenn ich auf sieben, sechs, sieben Stunden komme, wäre ich froh. Das ist ja oft so eine Mischung, dass man zu kurz schläft. Dann weckt der Kater einen um fünf oder sowas. Und dann denke ich mir so, eine Stunde, bevor ich aufstehen müsste, geweckt zu werden, ist dann so der Moment, wo ich denke, die hätte ich jetzt noch gebraucht, die Stunde. Weißt du, weißt du? Ja. Das ist, ja. Ja, ja. Ja, mehr schlafen. Das ist definitiv, das ist, das muss ich hinkriegen, weil das, das, ich hatte jetzt gerade, mein Kopf. Der piept mein Kopf, was wollte ich sagen, zerfickt mein Kopf, wollte ich sagen. Jetzt habe ich es gesagt, naja. Wirklich, das ist jetzt das Wort, was du jetzt hier, was du jetzt nicht sagen wolltest? Ja. Zerficken. Ist doch ganz okay. Ja. Kann man doch einfach mal. Kann man mal sagen. Rauslassen, du musst es merken, wie. Ja. Bei mir ist immer, wenn ich sehe dann die Kohle dahin schwinden mit diesen massiven Aufrufen unserer Podcasts. Wirklich, weil wir es dreimal zerfickt gesagt haben. Jetzt haben wir es schon viermal gesagt. Nee, wir haben es jetzt dreimal gesagt. Ich glaube, da gibt es auch eine Grenze, wie oft man was sagt. Ich glaube, bei Disney-Filmen ist es so, je oft die Fuck oder Scheiße sagen, desto weiter runter geht das Rating oder sowas. Ich weiß noch, was ich mal gehört habe, dass man die, dass Leute, die Videos machen, das Wort nicht piepen sollen, weil der Algorithmus von YouTube merkt, dass es gepiept worden ist. Deswegen haben ja viele, ich habe es bei hier in Jean-Pierre haben sie ein Quack. Ja, Quack oder ein Delfin schnattern oder irgendetwas da drüben. Ja, sowas, ja. Oder eine Hupe oder keine Ahnung. Ja, gut. Aber was ist darin dann so schlimm? Okay, ich will jetzt auch nicht, dass Jack im Alter von fünf Jahren ein Video guckt, aber da muss ich bei sein. Wo man Fuck und Scheiße und so sagt, finde ich nicht adäquat. Andersrum ist es normaler Slang, normaler Wortgebrauch. Es ist jetzt nicht so, dass es groß beleidigend ist. Das ist ja nicht mal beleidigend. Nee, null. Mehr. Also in unserem normalen Sprachgebrauch ja auch. Eben. Ja. Das ist ein Ausdruck von Missgefallen. Mhm. Hab ich gut gesagt. Ich hab überlegt, ob ich mich beim Bluten bewerbe. Das klang so bei mir, das klang so gerade nach mir. Missgefallen? Ja, so ein bisschen. Wie jetzt? Nach dir. Klammelt da. Mir fällt gerade auf, dass du wieder mein Lieblingst-T-Shirt an hast. Bud Spencer. Ja. Ich hab gewisse Ähnlichkeiten. Fällt mir gerade auf, die Haare so wuschelig, wenn die Haare noch ein bisschen länger werden. Warte mal, wir waren das. Du musst die Augen noch. Du musst die Augen noch so ein bisschen zumachen. Pass auf. Ich glaube, die Mutter von meiner Frau hatte sie gefragt, ob ich da ein T-Shirt von mir selber anhebe. Ja, genau. What the fuck? Ja, so ein gewisser, wenn der Bartwuchs noch dichter wäre. Wenn wir nur ein bisschen ausladen, ja. Ja, der hatte ja eine Augenkrankheit, deswegen guckt er so. Also der hatte eine Überempfindlichkeit gegen Licht, deswegen hat er die Augen so zusammengekniffen. Der Bud Spencer. Der Bud Spencer, also der, ich weiß gar nicht, wie der richtige Name ist. Barbione, irgendwas. Giovanni Diamoretti. Wie heißt das, der reale Name von Bud Spencer? Wirklich jetzt. Du willst halt wirklich den Leuten nur Zeit klauen, ne? Heute, habe ich das Gefühl. Da kommt auch nichts ordentliches bei rum. Ich hatte zwei im Chat am Freitag, die, äh, die, äh... Carlo Pederzoli. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Carlo, also Carlo hieß der eigentlich? Carlo. Carlo Pederzoli. Also Peder mit D, Pederzoli. Ja. Pederzoli. Ist in Neapel geboren. 29 und leider schon verstorben. 2016 in Rom. Ja. Der Buddy. Der ist, das ist so, der Kumpel meiner, der imaginäre Kumpel meiner Kindheit, so. Ich fand das immer geil, wenn sie Bohnen essen. Weißt du, da wollte ich immer Bohnen. Ich wollte immer Bohnen essen. Und Bohnen schmecken einfach scheiße. Nee, aber es gibt ein extra Darren Sill, Bud Spencer Darren Sill Bohnenrezept. Äh, da ist ja nicht nur Bohnen drin, da ist Ei und Speck und Zwiebeln und sowas drin. Das wollte ich schon immer mal machen. Und ich meine eine aus der Kumpel meiner Kindheit. Was das gestungen hat am Set. Das muss, ja, nur am Set. Ich glaube, die haben es ja nicht richtig gegessen, aber wenn du jetzt noch weiter zurückgehst in der Zeit, wo das halt so war, sozusagen, im Wilden Westen. Ist das historisch, dass im Wilden Westen Bohnen gefressen worden sind? Äh, äh, ja. Ach, Heinz hat damals schon ihre Baked Beans da vermarktet. Das ist Wilden Westen Marke. Heinz, gibt es schon immer. Ja. Nee, das, ähm, das muss halt früher auch, also, aber allgemein, ne, also jetzt, ob Wilder Westen oder so, generell muss das früher schon ganz schön gestunken haben. Also, egal in welcher Zeit, alles, was vor 1950 ist, muss quer gerochen haben. Absolut, da wurde nicht täglich geduscht und die Unterhose gewechselt, sondern da warst du auch mal, ne, also. Oder so weiter zurück in der, in so, in, zur Zeit der industriellen Revolution, wo das alles erst losging, wussten wir ja noch, hatten wir noch, äh, noch, gab es ja noch keine richtige Kanalisation, da war die Reise am Straßenrand. Ja. Wurde lang geführt, nennen wir es mal. Ja. Aber andersrum, das hat man ja auch noch heutzutage in manchen Dritte-Welt-Ländern, dass es ja leider noch gang und gäbe, äh, dass die Kloake sozusagen draußen ist. Ja, ja, absolut, das ist ein großes Problem. Das ist ein Problem. Gibt es eine interessante Doku? Habe ich, glaube ich, schon mal einen Podcast erzählt mit, ähm, Bill Gates, der dir ganz groß investieren in die Forschung auf, ähm, ähm, um die, die, die Kloake in, äh, Drittländern in die, in den Griff zu bekommen, ja. Der hat so, da gibt es so ein autarkes, also das Problem ist ja das Betreiben, das dauerhafte Betreiben, dass du nicht zusätzlich Energien brauchst oder irgendwelche Zusätze oder solche Sachen. Und da gibt es so ein, so ein Konzept mit so einer, ähm, also praktisch ein autarkes Klärwerk, so könnte man es nennen, weißt du, so, also das ist der, ich müsste das mal raussuchen. Sehr interessant. Also die haben da so eine Foundation, wo die richtig hart investieren und vor allem nicht nur in jetzt den Aufbau eines vorhandenen Produkts, sondern halt auch die Entwicklung und die Forschung, was man machen kann damit, ähm, also was man, wie kann man etwas bauen, damit es praktisch als, als, ähm, Kloake funktioniert. Ähm. Ich glaube, ich habe auf Netflix eine Doku, meine ich, war das. Wow. Haben wir das nicht schon mal hier im Podcast gemacht? Nee, also ich kann mich nicht erinnern, bin ich ganz ehrlich. Aber es heißt auch nichts, jetzt würde ich drüber nachdenken. Ja, hier ist es, da unten. In Folge 20 haben wir drüber gesprochen. Der Mensch Bill Gates. Oh, der Elefant vergisst nie, oder? Ja, wir haben unser Protokoll, das ist ja nicht mein Hirn gewesen. Ja, nee, schon, doch, doch, du wusstest, dass du schon mal drüber gesprochen hast und ich hätte es jetzt klar verneint. Ja, ja, ist mir klar. Das ist der Punkt. Ich packe das jetzt einfach nochmal, dann machen wir das doch als, als, äh, holen wir das einfach wieder raus. Ich kann nämlich das einfach so kopieren und habe hier direkt die Netflix-Doku, ähm, von Bill Gates. Nice. Ja, da war das, glaube ich, da war das Thema, wo er mit seiner Frau in dieser Stiftung, ja, gibt es auch noch, ist auch noch verfügbar. Ja, könnt ihr euch noch angucken. Fand ich sehr spannend. Hat nicht nur den Chip in euren Armen entwickelt? M-m-m, hat er nicht. Baut auch Toiletten. Der macht viel. Das, äh, ja. Sollts mal gar nicht glauben. Der macht sehr viel, was andere, äh, nicht tun. Ja, da kann man... Ah, look at you, Jeff Bezos. Da könnt ihr auch mal den Daten geben, die er da gerade abgreift durch den Mikrochip in eurem Blut. Ja. Da muss man das nicht so eng sehen. Ja, das stimmt. Hör mal auf, das gibt Leute, die glauben das. Ja, die hören ja hier hoffentlich nicht mehr zu. Könnt euch gerne mal äußern. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr... Probiere jetzt mal. Einmal kurz. Okay. Ja, so. Haben wir unseren ersten Link für unsere Podcast-Notizen. In diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir mal über zu unserem M-m-M-Verlauf. Oder? M-m. 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 Was wir alles geklärt haben. Nach realer Name von Bud Spencer, warum Silberfischchen nicht schmecken und also wirklich einiges bei rumgekommen. Hast du was? Ich habe in meiner Historie... Ich hatte irgendwas gesehen, ja. Und zwar hatte ich... Ich gucke jetzt... Na gut, ich gucke viel... Jetzt mal ganz kurz. Ich gucke viel Eldenring-Videos über How-To. Also, wo kriege ich das Schwert her? Was ist das Gute? Weißt du, so Zauber, bla, bla, bla. Rune-Farm-Spots und sowas. Und dann gibt es auch wieder... Es gibt wieder unfassbare Menschen, die Eldenring in 30 Minuten durchspielen. Komplett. Ja, habe ich gesehen. Speedrun. Ja, habe ich gesehen. So Speedruns... 30 Minuten rum waren das, ne? Etwas drüber. Das ist schon interessant, weil so findest du auch starke Sachen raus und weißt dann auch, wo es die gibt, weil das Spiel sagt dir ja nichts. Nichts, gar nichts, nichts. Lass mir kurz... Hast du was? Ja. Ich würde jetzt... Das erste Video würde ich einfach mal dieses... Dieses Video, was ich beim Rudern erwähnt habe, reinpacken. Vielleicht ist da ein oder andere Ruderer unter euch oder... Ich meine, die Musik, das ist Geschmackssache, ne? Das ist ganz klar. Das ist Pop oder nicht, ich sag mal... Aber ich find's beim Sport passt das für mich. Es geht ja auch eher... Ihr könnt eure eigene Musik da drüber legen, die ihr als motivierend empfindet. Es geht ja eher um die... Dazu zu gucken, wie jemand rudert. Ihr könnt mal die rote Boi auf der linken Seite bei ungefähr 10 Minuten. Etwas drunter, glaub ich. Neun Minuten Appes. Bis dahin rudere ich aktuell. Ja. Das ist so meine Hood. Bis dahin. Ja, bis da. Da kenn ich mich aus. Rudere ich. An dem zweiten Baum links. Ja. Das muss ich mal als erstes reinmachen. Massive Cutting. Weißt du, wir sind ja... Wir persönlich, privat quasi, bin ich ja auch im Thema Pflanzen pflanzen gerade. Und... Ich hab mir ein paar Videos dazu angeguckt. Und... Mach ich halt auch gerne. Weil mich interessiert halt auch diese Naturgeschichte. Und hier hab ich halt... Dieses Natur da, das interessiert mich auch. Mit der Natur. Was die so macht. Ne, hab ich hier ein Video. Es ist halt alles Englisch, weil ich... Sorry, aber ich guck halt ganz... Ist mir scheißegal, welche Sprache es ist. Oder Englisch oder Deutsch. Ich wollte gerade sagen, ja. Deswegen ist mehr Englisch als Deutsch. Und das macht auch keinen Unterschied für mich, ob es Englisch oder Deutsch ist. Deswegen... Es sind halt oft englische Videos jetzt. Zehn... Zehn Gemüsesorten, die man auf jeden Fall anpflanzen sollte, sozusagen. Da hab ich jetzt hier einfach mal. Gebe ich hier mal rein. Gemüse, ist klar. Ich erklär das auch richtig gut. Und... Und der ist so... Gar kein kleiner... Gar kein kleiner Kanal. Was ist denn anderen? Fünf... Ähm... Gemüse. Klar. Gewürze. Tomaten. Kräuter. Kräuter ist gut. Mhm. Ähm... Ja, weil ich auch wissen will... Oder weil mich jetzt interessiert, was... Was... Welche... Welches Gemüse habe ich vergessen, sozusagen, jetzt beim Anpflanzen? Weil wir haben jetzt... März ist durch. Ich hätte... Ich muss angepflanzt haben, damit da was auch passiert, sozusagen. Äh... Äh... In absehbarer Zeit. Das... Wird doch gerade das Wetter dementsprechend gut, dass das sich auch lohnt, dass da auch was passiert. So, deswegen wollte ich da mal gucken. Hat der denn noch andere, äh... Gemüse, als... Äh... Ich, ähm... Jetzt sogar kenne. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Mhm. Man kennt ja nicht immer alles, ne? Ja, hier. So, jetzt bist du noch mal dran. Ja. Und ich gucke mal, ob ich was anderes noch habe. Ich würde, würde da, ähm... Auf dein Gemüse eingehen. Ich habe nämlich einen Kanal, den ich jetzt schon länger gucke, ähm, immer mal wieder so sporadisch kommt da meine Timeline. Und zwar Boxlabs, heißt der Kanal. Sagt mir sogar was. Der macht so Zeitrafferaufnahmen, wie in einer Pflanze wächst. Und ich habe jetzt einfach als Beispiel, habe ich jetzt mal die... Ähm, der nimmt eine Tomate, eine Cherrytomate und, ähm, schneidet die in Scheibchen. Und, ähm, dort wächst dann aus praktisch dieser Cherrytomate. Wie weiß ja jeder, dass in der Tomate die kleinen Kärnchen sind ja im Zweifelsfall auch die, wo wieder neue Tomaten daraus entstehen. Und, ähm, macht dann so eine, so ein Zeitraffer. 120 Tage. Ähm, ist eine komplette Tomatenpflanze dann entstanden. Aus diesem kleinen Scheibchen Cherrytomate. Boxlabs. Das kommt bei mir immer mal wieder vor, dass ich da reinklicke. Ähm, ja. Mal gucken. Sehr, sehr nice. Ja, aber wenn ich jetzt hier so durchgehe, dann gucke ich wirklich entweder, äh, äh, Eldenring oder, äh, Gemüse-Anpflanz-Videos. Oder wie jemand eine Gitarre aus Carbon baut. Auch lustig. Mhm. Auch, ähm, Bezug darauf nimmt, was wir... Letztens dieser Typ, ähm... Der die Tests macht dann. Der die getestet ist, äh, genau. Der hat jetzt sogar noch zwei Videos mehr, glaube ich, rausgehauen. Ja, dann macht das nochmal rein. Äh, in diesen Bezug. Und das hat cool. Weil hier eine Gitarre sozusagen, eine Akustik-Gitarre, nicht irgendeine, aus Carbon. Mhm. Richtig, äh, richtig cool. Und nicht so schwer. Also man könnte das auch aus Glasfaser zu Hause selber bauen tatsächlich. Wenn man jetzt nicht gerade an Carbon rankommt. Ich weiß nicht, ist das illegal? Nee. Klang gerade so. Ich weiß nicht, ob teuer. Wo kriege ich einen Uran her? Sag mal. Ich wollte eine Gitarre bauen. Du hast ein Problem, wenn ich zerpiept sage. Und wir sind jetzt an der Uran. Jetzt sind sämtliche... Sämtliche... Sämtliche Schlagwörter. Oh, nicht gut jetzt. Jetzt hat er noch Schlagen gesagt. Uran. Ja. Gut. Mache ich den Abschluss? Bitte. Ähm, und zwar habe ich gestern, ähm, ein Video geguckt von Rob Bubble. Ähm, habe ich früher als Podcast gehört. Ähm, hab das... Es ist eigentlich schade, und das ist mir gestern mal wieder aufgefallen, dass man, das wie mit Spielen, dass man gewisse Art von YouTubern oder Content, ähm, so als, ach ja, ja, dass man die nicht wahrnimmt oder nicht zu würdigen weiß. Und ich muss wirklich sagen, das hat mich so gut unterhalten, wie er das Video produziert hat und, und wie das geschnitten war, wie Zwischensequenzen aufgenommen worden sind und, 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 also von der Machart erstmal. Und ich fand's auch als, ähm, derjenige, der auch oft in der Situation ist, dass er so ganz komische Anfragen kriegt, für was er Werbung machen soll. Da gibt's ja echt die... Ich hab so einen Ordner Sponsoring, da kann ich mal berichten, was da so alles kommt. Und er hat einfach jedes Placement angenommen, ein Jahr lang, was er, ähm, was er angeboten bekommen hat. Also alles, was er, machen sie Werbung für das, machen sie Werbung für das, hat er einfach alles angenommen und hat das wirklich in einer Art präsentiert. Also der hat praktisch, in diesem Video macht er eigentlich Werbung für die Produkte, aber auch wieder nicht. Aber nicht eher um die Werbung sozusagen, ne? Es geht nicht um das Produkt, sondern es geht darum, wie er's gemacht hat. Er macht, er erfüllt seinen Zweck und er macht auch viele Dinge und er hat das in einer so kreativen und guten Art gemacht. Ey, ich muss echt sagen, ich war gestern total geflasht von diesem Video. Ich muss wirklich sagen, das ist, wie viel Aufruf hat das Ding jetzt, nach wieviel Tagen? Das ist vom 20. Nach sieben. 175.000 Aufrufe für einen Kanal, der 266.000 Abonnenten hat, das ist erstmal ein gutes Verhältnis. Ähm, ist einfach gut. Das Video ist einfach saugeil produziert und so weit von entfernt von dem, was ich allein nur kreativmäßig, also kopfmäßig im Stande wäre zu machen, weißt du? Also, nicht nur die Idee, sondern auch die Umsetzung. Ja, das ist wirklich cool. Vor allem, wenn du jetzt in seine Beschreibung guckst, das ist ja schön aufgelistet, wann welches, wann welche Werbung kommt. Er macht, er macht im Endeffekt Werbung, aber guckt es euch an. Es ist nämlich, also, einfach gut. Ich find's einfach, war total geflasht von diesem Video. Kann ich nur empfehlen. Also, sollte man sich mal angucken, weil das ist einfach, denke ich, so guck ich es mir gerne an. Und halt auch diese Idee dahinter. Also, super. Ja. 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 Gut. Ihr Lieben, habt eine schöne Woche und kommt gut in die Woche rein. Bleibt vor allem gesund. Das wäre uns wichtig. Vielleicht sehen wir uns irgendwann die Woche im Livestream. Ich werde das die nächste Woche auch wieder relativ kurz halten, in die ich live bin. Also, bei mir ist Dienstag und Donnerstag angesagt. Ähm, Dienstag gibt's jetzt, das ist auch geil, in den vergangenen Folgen immer von Death Stranding gesprochen. Deshalb hab ich aber das Datum verwechselt. Nämlich der 21. war der Zeitpunkt, wo ich mich bei der Agentur hätte melden müssen, damit ich einen Key kriege. Also, hab ich auch getan. Ich hab das alles eingeschüttet. Ist nicht vergangen. Aber der Release ist am 30. Also, das ist der Mittwoch. Und am 29. darf ich's dann zeigen, ab Dienstagmittag. Also, ich werde danach der Arbeit, werde ich's dann erst spielen. Also, Dienstag gibt's bei dir. Death Stranding im Director's Cut. Habe ich noch nie gespielt. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich bin auch sehr gespannt. Mal gucken. Ich werde's Dienstag dann spielen. Und neben den vielen tollen Spielen, die wir jetzt heute gar nicht als Thema hatten. Gar nicht? Nee, wir haben nicht über Spiele geredet. Nur über Elden Ring. Ja gut, stimmt, bestimmt, ja. Ich halt. Ja. Aber es ist halt doch die Sucht, die da aus mir spricht. Ja. 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 Ich bin ja vermieden, Gran Turismo zu erwähnen. Ah, du Fan. Du harcelon. Was soll denn das? Ah. Ah. Gran Turismo. Meine Damen und Herren, auch ich sage herzlichen Dank für Zuhören. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge wieder. Beziehungsweise sehen wir uns am Montag. Was genau stattfinden wird, weiß ich noch nicht. Und das ist auch immer gut und schön. Wichtig ist, bleibt ihr selbst und bleibt bei uns. Und lasst die Hose an. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss. Ich winke.